Wenn ich durch eine Stadt fahre, dann sehe ich das nicht mit normalen Augen wie jeder andere, der durch die Stadt läuft, sondern ich suche in jeder Ecke nach irgendwas Fahrbarem, nach einem Treppenset, nach einem Geländer, nach irgendwelchen Mauern, nach irgendwelchen coolen Setups. Man sieht eine Stadt, man sieht alles komplett anders als normale Menschen. Mein Vater war schon immer ein großer Mountainbike Fan und ich habe schon relativ früh mein erstes Fahrrad bekommen und war direkt angefixt und von da an gab es kein Zurück mehr. Ich habe zuerst so ein 12 Zoll Pukirad bekommen, dann ein Mountainbike, bin ein Mountainbike-Rennen gefahren und habe irgendwann zu Weihnachten ein BMX-Rad bekommen und seitdem wollte ich nie wieder was anderes machen. BMX hat schon einige Entscheidungen beeinflusst. Ich habe zum Beispiel nach der Schule eine Ausbildung angefangen, habe es ein Jahr lang gemacht und hatte aber einfach überhaupt keine Zeit mehr zum Fahrradfahren und hatte auch die Möglichkeit davon zu leben und habe dann gesagt, okay jetzt fahre ich nur noch BMX und mache genau das, was ich möchte und nichts anderes. Ich weiß nicht so richtig, was mich motiviert. Ich hatte noch nie einen Tag in meinem Leben, seitdem ich BMX fahre, wo ich aufgewacht bin und habe gesagt, okay heute habe ich keinen Bock zu fahren, sondern das Gefühl, wenn man stundenlang für einen Clip am Arbeiten ist und den dann endlich schafft, ist das beste Gefühl, was man überhaupt haben kann. Das ist so der Grund, wieso man BMX fährt, den Moment immer und immer wieder zu erleben. Ich bin auf jeden Fall stolz ein BMX-Fahrer zu sein. Ich habe durch BMX-Fahren so viel gelernt, so viel gesehen, so viele tolle Menschen kennengelernt und da werde ich für immer dankbar sein und ich werde auch für immer ein BMX-Fahrer sein, egal wie alt ich bin.